So Geh ich komme mal weiter So Let's go Oh ich glaube das waren Tennis Spieler die hier tot sind Mal schauen Aber Mo die halten viele aus Also ich habe einen getötet jetzt Naja kein stress Also Das Problem ist ich kann ja nichts geben Mo Ich habe doch die Ding nicht die Schale Ja Ist was Scheiße Ich habe nur noch 6 Blätter Ich würde sagen es ist gut gegen einen Gegner Oder Aber trotzdem lustig Wow Medizin Warte hier ist was Was bringt der was ist das Wow Das finden wir jetzt Oh hier ist ein Tank Wieder zurück oder Ja Ja Also hat mir zumindest volles Vicky gesagt Naja wenn nicht wir haben ja schon den Tennis Schläger ist auch was wert Tja Aber wir sind doch jetzt schon ganz unten oder Oh Warte mal der Seil der führt ganz runter oder Das heißt wir müssen wieder hoch oder wie Geht es Geht es Geht es Ja Lass uns das Seil nehmen Ach Wo müssen wir jetzt wieder hin Oder irgendwo hier oder ist mir hier irgendwo richtig doch hier ist die wand ja hier oder wieso jetzt den tischtennis 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 schläger echt cool wo muss jetzt entlang hier drüben zu dem seil oder das aber wir kommen an das seil ne warte hier wo pass auf pass auf jetzt hier runter oder ich glaube nicht alter war das knapp jetzt müssen wir hier rüber klettern das ist hatte wir müssen hier runter also hier rüber und dann runter oder ja wo willst du hin ja ich glaube wird im seil geht schneller na ja ja Huh?